Ein Ford Cougar ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 2000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 6,2 Litern pro 100 km. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.